Zip Mobil ist das neue Kind in unserer Zip-Familie. Wir haben sehr viele Kunden, die lokal in ihren Netzwerken arbeiten. Wir haben hier das Ganze mit einer Disposition nachgestellt. Das heißt, eine Mischanlage disponiert Beton und es bestand immer mehr die Nachfrage, wie bekomme ich diese Daten auf mobile Geräte, die Tablet- oder Smartphone-mäßig heutzutage jeder mit sich im Auto oder in der Tasche herumführt. Sie müssen sich diesen Betonmarkt ein bisschen vorstellen. Sie haben Fahrmischer, in die gehen sechs bis acht Kubikmeter Beton rein. Sie bauen eine große Tiefgarage, haben da vielleicht eine Bodenplatte mit 100 Kubikmeter zu machen und sind jetzt selbst daran interessiert, dass die ordentlich abläuft. Das Material muss relativ gleichmäßig ausgeliefert werden. Das heißt also, sie haben dann so etwa zehn bis zwölf bis zwanzig Touren dahin zu fahren, je nachdem wie groß das Projekt ist. Und in diesem Ablauf kann immer mal etwas schief gehen. Das heißt, die Akteure, der Baustellenleiter oder der Werkleiter wollen immer wissen, klappt alles? Das ist gut. Aber wenn etwas nicht klappt, würden sie es auch gerne so bald wie möglich erfahren. Und genau dieses Bedürfnis, was sehr stark da ist, dem wollen wir da Rechnung tragen.